Später wieder die Bochumer, die sich nicht einfach nur hinten reinstellten, sondern immer wieder die Offensive suchten. Inoui fein durchgesteckt auf Aydin und der Querpass erreicht Federico. 1 zu 0, 26. Spielminute. Die kleinen Bochumer führten gegen die großen Bayern und das gar nicht mal so unverdient. Gomes und er wieder auf Toni Kroos und dann ist es passiert. Das 1 zu 1, 52. Minute. Alles hatte sich bereits auf die Verlängerung eingerichtet. Da spielte Dabrowski diesen katastrophalen Pass. Lame auf Ribéry und dann der Antritt des Franzosen, Franck Ribéry. Nicht aufzuhalten, Arjen Robben, 2 zu 1. Der Holländer war 90 Minuten nur sprachradig zu sehen. Jetzt aber im entscheidenden Moment war er zur Stelle und macht das 2 zu 1. Brillant auch hier die Vorbereitung von Franck Ribéry. Dann war Schluss nach spannenden 90 Minuten gewinnt der FC Bayern verdient mit 2 zu 1 gegen den VfL Bochum. Auch der VfL wird sich freuen. Bochum gegen wen? Carsten? Bayern haben wir sie. Der VfL Bochum. Zweimal im Pokal ins Spiel. Zweimal verloren und jetzt gegen den Rekordpokalsieger. Ich kann nur sorgen, wenn wir jetzt nach Bayern München müssen, dann... Ich glaube wir sind leider der Favorit. Tag nach Berlin! Tag nach Berlin! Über Bayern! Tag nach Berlin! Über Bayern! Tag nach Berlin! Über Bayern! Tag nach Berlin! Huia! Tag nach Berlin! Tag nach Berlin! Tag nach Berlin! Und schanzenlos sind wir nicht, deswegen...